Applaus 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 Vielen Dank für diesen Applaus Das haben wir total gerne Ja, wir haben total gerne Applaus Jetzt sind wir schon gleich in der nächsten Nummer Und zwar machen wir jetzt eine Synchron-Tellerwerferei Aber synchron, ja Gut, wir fahren hier Bist du bereit? Ja, jeder, einfach Um Punkt 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 greatest Well easy Ja, das ist eine Schweinkammer. Ja, das ist eine Schweinkammer. Merci, ja. Merci vielmals. Ihr habt gesehen, der Koffer ist immer noch leer hier. Wir haben eigentlich nur dabei, dass beide den Koffer haben. Ja, sonst gibt es den Sturm. Dann haben wir saubere Verhältnisse. Wir haben auch gerade etwas in den Händen. Ja, um ihn wegzulassen. Glückwunsch! Teil 2! Es geht gerade weiter. Wir machen noch ein absolutes Finale. Wir jonglieren jetzt noch mit 7 Keulen. Ja, 7 Keulen. Das ist schwierig. Das ist total schwierig. Theoretisch ist das gar nicht möglich, aber wir machen es gleich. Ja, die Theorie ist, wir schnappen. Gut. Ja, hier kommen wir jetzt gar nicht nachher. Wollen wir anfangen? Also. Und die... Leck doch, wir haben dich da viel Keulen in Luft runter. Hörst du es mal rein? Ja, ja. Ich nicht. Mittlerweile habe ich sie. Leck doch. Ich weiss nicht. Das kann man auch noch mit Filmen überhalten. Jetzt auch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Mal vertreiben. Ich merke mich vielmals für diesen kräftigen Applaus. Ihr habt tief überschnurrt. Wir machen noch eine Zugabe. Oh, wenn ihr nicht wollt, wir machen es einfach. Gut. Ich gehe etwas freiwillig zu holen aus dem Publikum. Mal ein wenig schauen. Ah. Der Herr steht hier gerade. Könnt ihr recht schnell vorne kommen? Wie ist euer Name? Ja. Grüezi, ja. Ah, das ist der Turnherr. Schön. Ich weiß nicht, welches der Benni zu holen ist. Aha. Gut. Also, wir würden jetzt unser Publikumslieblingsspiel machen hier. Was hätten wir hier rausgekommen? Und zwar machen wir ein kleines Quiz. Ich wäre der Quizmaster. Und das hier wäre meine Assistentin hier. Und er wäre unser Kandidat. Der Mann, wie heisst der schon jetzt? Der Benni. Der Benni, ja. Der Benni ist unser Kandidat. Könntest du erklären? Ah nein, Moment. Ich muss noch zuerst erklären. Es ist ja so. Du hast drei Möglichkeiten. 20, 50 und Risiko. Was nehmst du? Ja, bei euch nehme ich 50, sagen wir mal. 50. Das ist sehr gut die Antwort. 50. Nehmt ihr. Sonst spielt es sowieso keine Rolle, weil es sind alle drei Möglichkeiten zugleich. Ja, das ist so im Leben. Gut. Kannst du dir erklären, was passiert? Die Stellung irgendwie so. Du müsstest den Stumpen ins Mund nehmen. Die Lippen müssen trock bleiben. Mit dir so zwingend umschuldigen. Oh, 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 oh. Und die stumpen zum Mund schiessen. Nein, nein, nein. Was, das findest du nicht gut? Ja, wenn es geht, schon gut. Ja, wenn es geht, schon gut. Müssen wir hier den Roger Kahn noch schnell fragen, was würdet ihr sagen? Können wir das genauer haben? Nein, so genau. Ihr zählt sicher so genau, dass der Benni da an. Also ich würde das gerne ganz genau haben. Ganz genau. Wir sehen uns dann nachher. Ja, aber mir denkt es, es liegt total drin. Ja. Gut, jetzt hörst du noch ein bisschen. So, gut. Die Hänge bleiben schön auf die Seite. Ein bisschen haltig annehmen. Cool bleiben. Übrigens, wir machen die Nummer heute zum ersten Mal. Ich bin total aufgeregt. Ich weiß, dass ich das rauskomme. Ich bin auch total nervös. Meine Keulen, die drehen fast ein bisschen durch. Ja, die drehen völlig durch. Aber ihr habt ja gesehen, vorhin wir jonglieren sicher. Ja, uns geht wie etwas. Aber gut, cool bleiben, Benni. Ich nehme es ja noch nicht gerade. Also ich muss sagen, eh, persönlich würde es hier nicht dazwischen stehen. Nein, nein, nein. Das wäre jetzt gar nichts für mich. Ich denke, ich bin so brutal. Ich habe gar nicht hergeschaut. Nein. Ich habe es nicht gesehen. Letztens ist der Stumpenkurz. Ja, 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 ja. Super. Super. Wenn ich. Gratulieren. Ich bin fertig. Wir gratulieren. Danke. Auch für die Zugabe. Aber natürlich für uns das abgemacht. Das waren die Flugzeuge. Sie kommen von Bern. Ich hoffe, Sie sind fertig. Moment, Moment. Es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht ganz fertig. Du bekommst noch eine Belloni. Du bekommst noch ein Gummibärchen. Ja. Gummibärchen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe ein Gummibärchen gekauft. Es ist herzig. Gut. Also, merci. Danke Ihnen vielmal. Die Gruppe Flugzeug. Für die, die es nicht gemerkt haben, das Flugzeug fliegt durch die Luft. Darum heissen sie so. Und sind hoffentlich gleich erfolgreich wie die, die wir vor zwei Jahren gehabt haben. Im Telstafinal. Oh! Kapine kommen runter. Marco Cello haben den Durchbruch eigentlich geschafft. Dank dem Telstafinal. Hoffentlich keine Gruppe. Glückwunsch. Höoler Раз. Es gibt Muito Freude. Danke vielmals. Komm! Danke vielmals. Danke vielmals.